Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zum Internet Café Simulator 2. Es gibt einen zweiten Teil, das heißt es gibt auch einen ersten Teil, hab ich nicht mitbekommen, aber es ist wie es ist. Sebastian hat mir gesagt, Peter, ich hab dir dieses Spiel gesehen, da seh ich dich. Probier das doch mal aus. Und da hab ich gesagt, okay, warum? Aber ich dachte mir, das könnte wirklich ein lustiges Video ergeben, also spielen wir das mal. Kaffee Name, geben Sie den Namen Ihres Internet Cafés ein. Oh mein Gott, was hab ich jetzt gemacht? Das verschiebt einfach alles. Okay. Hä? Kaffee. Okay, wenn ich Kaffee schreiben will, was ist das denn jetzt, wie geht das jetzt hier schon los? Liebe Zuschauer und Zuschauer, was spiele ich jetzt hier? Anfang. Okay. Das Spiel wird beim ersten Laden, mein Kopf ist davor. Okay, ist schon weg. Okay. Sie können sich in kürzerer Zeit an das Spiel anpassen, indem Sie den Tutorial-Missionen folgen. Keine Sorge, Sie sind nicht langweilig und lang. Ich? Doch, ich bin schon lang. Okay. WASD, Space, Tab, X für Fähigkeiten, Pause, Linksklick, Schlagen, Z... Ja, okay. Relativ easy. Wow! Wieso ist das immer so? Die Einstellungen. Ich finde gut, dass das die Einstellungen sind. Okay, mach viel zu viel. Nehmen wir noch viel zu viel, viel zu viel. Ah, schon besser. Okay, ist das hier... Wir sind bei Bramshütte gelandet scheinbar, aus irgendwelchen Gründen. Ich kann hier nicht... Ich möchte gerne hier mit interagieren. Oh, kann ich sogar wirklich? Wo ist der Smoke, Junge? Fehlt eine Molasse. Okay, ja gut. Wir gehen mal raus. Alter, Geist. Nehmen den Aufzug. Sie müssen sich auf derselben Etage wieder Aufzug befinden. Ja, okay, dann... Moment, will ich den hoch oder runter? Keine Ahnung. Zum Öffnen... Schließ... Schlie... Es essen. Why? So. Hallo. Gehen Sie zu Ihrem Internetcafé. Drücken Sie einmal, um die Karte zu öffnen. Oh, leil. Oh, die ist ja... Das ist ja eine schön gemalte Karte. Schön... Das ist doch ein Photoshop-Filter. Den kenne ich doch. Okay, da ist mein Internetcafé. Da ist der Bitcoin-Miner. Second-Hand-Geschäft und Club. Okay, dann gehe ich ja wahrscheinlich mal... Die erste Etage, aka Erdgeschoss für internationale Menschen. Ich habe also schon ein Internetcafé. Das ist sehr gut zu wissen. Loil! Alter, ist die Katze gerade gestorben. Ich war's nicht, Kitty Cat! Nein, sie atmet noch. Sie atmet noch. Sehr gut. Äh, hallo? Äh, okay. Ja, okay. Alter, was ist hier los? Hallo? Oh ne, irgendwas ist mit deinen Haaren nicht richtig, junge Frau. Oh, fuck, ich habe dir voll in die Brust geschlagen. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Oh, oh. Nein, nein, nein. Das tut mir leid. Nein, nein, nein. Das ist okay. Das tut mir leid. Hier kann man so ankommen. Alter, verfolgt ihr mich jetzt die ganze Zeit? Ich will zu meinem Internetcafé. Was ist mit dir los? Der hat ein Ausrufezeichen über dem Kopf. Ich weiß alles, was in dieser Stadt passiert, Mann. Sie sind der Besitzer des neuen Internetcafés. Sie haben den Mann zerschmettert, der vor dir im Café gearbeitet hat, Mann. Wenn er mich gut verstanden hätte, wäre ihm das nicht passiert. Wenn du in dieser Stadt einen Bitcoin-Mining-Rick bauen willst, musst du mir zuerst Lizenzgeld zahlen, mein Sohn. Das ist Schutzgelderpressung. Fuck you, motherfucker. Zahl Mafia kein Schutzgeld. Okay, hier haben wir einen Barbershop. Hier ist das Beatsmeet-Café. Uh, das hat eh nicht so gut funktioniert. Interessant tatsächlich in einem Spiel, wo es um Cafés geht. Abgeschlossen. Also ich muss sagen, hier laufen interessante Figuren rum. Lol, das ist mein Internetcafé? Was ist das denn für ein Internetcafé? Das ist eine Garage. Schnapp dir den Mob und reinige deinen Kaffé. Okay. Ich muss jetzt hier die scheiß Fußabdrücke wegwischen, ha? Okay, ja, das ist ja kein Thema. Wo ist mein Feuer durchgelaufen? Ah, ich kann den Müll auch wegwischen. Oh, das habe ich nicht gecheckt. Okay, good to know. Ich kann einfach... Das ist ein magischer Mob. Bisschen wie magische Möpse. Kann ich den Chair auch wegwischen? Nein, das geht nicht. Kann ich die Dinger hier sauber machen mit meinem Wassermob? Nein, das geht nicht. Okay. Ich kann nur den Boden wischen. Das ist ja kein Thema. Wir sorgen jetzt hier mal für ordentlich Sauberkeit und Reinheit. Nicht nur sauber, sondern rein. Schon schwierige Aussage auch. Wir sind aber noch nicht komplett sauber und das nervt mich gerade. Ihr seht das links. Da fehlt noch irgendwas. Da. Ich habe noch Sachen übersehen und ich bin hier Perfektionist, was mein Internetcafé angeht. Ich trage schon was. Ah, da. So, jetzt ist es nämlich richtig sauber. Ja. Weg damit. Können wir bitte diesen Computer... Diesen Table vernünftig hinstellen? Das geht mir nämlich auch um Sack, dass der da einfach steht. Okay, what the fuck? Aber ich kann bauen. Wie kann ich drehen? Mit Kuh und R. Ja, perfekt. Okay. Ja, ne, so weit sind wir noch nicht. Okay, Moment. Der Strom ist aus. Schalten Sie den Strom ein, verwenden Sie den Schalter. Der wahrscheinlich, ne? Der ist der Lichtschalter. Der ist nicht der Stromschalter. Achso, warte mal. Hier ist der Stromschalter. Okay. Computergehäuse, Monitor, Tastatur und Maus kaufen. Auf Zamazor. Muss ich das hier machen? Starte den Computer. Da war nicht mal Kabel angeschlossen an dem Computer. Okay, pass auf. Wo ist denn hier? Da haben wir. Wir haben 2000 Dollar. Boah. Kaffee ist abgeschlossen. Ja, ist noch nicht offen. Das ist richtig. WWW. So, wir haben Crypto Bill, Mail, Fruit Slot, Skin Case, Kawaii Crack. Wo ist denn jetzt? Hamazor da. Okay. Wieso startet das immer so mitte? So anders. Okay, Computer Cases. Air Conditioning. Ja, das brauchen wir erstmal nicht. Wir brauchen erstmal Computer Cases. Wir brauchen erstmal das Billigste, was geht. Oil Computer Case. Simple Computer Case. RF Computer Case. Und jetzt gibt es hier die richtig geilen. Alter, Gamer Probe Computer Case. Für 1700 Dollar. Und das ist einfach nur ein Case? Oder ist das? Achso, da ist schon mit drin, ne? Da ist schon Grafikkarte und so einen Scheiß mit drin. Okay, pass auf. Wir gönnen sogar mal einen sauberen, simplen Computer. Packen wir zum Warenkorb dazu. Okay. Wir brauchen noch. Was brauchen wir noch? Monitor, Tastatur und Maus. Keyboard. Kostet so viel wie der Computer. Willst du mich komplett verarschen? Monitor. Maus. Ich werde nicht den ganz dreckigen Drecksscheiß nehmen. Diese Preise sind komplett lost. Monitor, Tastatur und Maus. Okay, wieso ist das so klein? Können wir das bitte... Ah. Das kostet mich jetzt 1003 Dollar. Das ist gegönnt. Warten, bis die Produkte ankommen. Was haben wir denn hier noch? Krypto. Achso, da können wir aktuelle Krypto... Also da können wir Krypto kaufen und alles. Okay. Ich weiß nicht, ob die tatsächlich übereinstimmen über den... Ob die synchronisiert werden mit dem aktuellen Scheiß. Bill. Bisher haben wir noch nichts bezahlt, weil noch nichts da ist. Mail. Haben wir auch noch nicht. Fruit Slot. Da ist gerade ein Kamel an uns vorbeigeritten. Skin Case. Jetzt können wir hier natürlich auch noch Kisten öffnen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Clothes. Oh. Hübsche Klamotten können wir uns kaufen. Apps. Spotty. Oh, wir können Spotify herunterladen. Steam. Miner. Virus. Employ. Wo wir Mitarbeiter finden. Warcry. MMO natürlich. Und CMD. Ja, CMD ist natürlich auch geil. Laden wir nochmal Spotify runter. Läuft das im Hintergrund? Kann ich jetzt hier rausgehen und es läuft weiter? Warcry Coin. Warcry Münzen im Besitz. Oh. Ich habe aber keine Warcry Münzen. Crack. Komm in der Welt des Hackens. Beispiel Joint Solver. Okay, what the fuck. Okay, ich bin gerade super fasziniert hier ehrlich gesagt. Wie viel Tiefgrund hat... Wie viel Tiefe hat dieses Spiel, frage ich mich gerade. Okay. Wir beenden mal hier unseren Computerscheiß. Komme ich denn hier raus? Äh, cool. Okay, wo kommen die Sachen denn an? Platzieren Sie die Produkte und machen Sie den Computer bereit. Oh nein! Ist das die Sachen? Ja. Okay, Moment. Okay, okay, okay. Wo will ich die Sachen denn hin... Wo will ich das Ding hinstellen? Internet Café. Jetzt mal kurz überlegen hier. Eigentlich ist das schon gar nicht so verkehrt, ne? Aber wir machen mal anders. Ne, warte. Wir werfen dich mal kurz weg. Wir nehmen auch mal dich. Und werfen dich weg. Wir packen dich hier hinten in die Ecke. Würde ich sagen. So. Sehr gut. Alter, wieso steht der da zwischendurch immer? Verpiss dich, Junge. Jetzt nehmen wir den LCD. Und schön hinten an die Wand. Ist klar. So. Ne, hier noch eine Maus. Fangen wir hier so rechts hin. Aber wir können auch Linksländer benutzen. Ist okay, ist erlaubt. Schließt die nicht aus. Das ist der Tour. Und der Rechner. Oh, das ist ein besserer Rechner, als der, der ich hab. Kommt der da oben drauf? Nein, der kommt da oben drauf. Auch in die Ecke. So. Es fehlt nur theoretisch statt Mikrofon. Ah ne, der Stuhl. Lol. Nice. Öffnen sie das Café. Okay, okay, okay. Was spät haben wir denn? Der Strom ist aus. Warum ist der Strom aus? Muss ich schlafen? Ich weiß nicht, wie spät es ist. Gerade stand da, nach 1 Uhr kommen keine Kunden. Wir haben 2 Uhr. Oh. Aber wir haben jetzt Spotify runtergeladen. Kein angesprochener Lautsprecher gefunden. No. My Café. Oh. Hier können wir es hübscher machen. Okay. Nice. Böden können wir auch verbessern. Auch sehr nice. Die Decken können wir verbessern. Okay. Finde ich super. Cafésoft. Ah. PC 1. Kostet. 0. 2,3 Euro. Ich weiß es noch nicht so hundertprozentig. Hintergrund ändern. Anfragen. Aufträge. Ah. Okay, okay, okay. Da können wir wahrscheinlich von unserem einen Computer, den wir haben, können wir die Preise ändern. Ich weiß halt nicht, ab wann die Gäste wieder kommen. Ich weiß auch nicht, ob ich schlafen muss, ehrlich gesagt. Ich öffne mal das Café. Warten Sie, bis der erste Kunde eintritt. My Café. Pizmeat Café. Drei Sterne. Hier steht noch gar nichts. Okay, sehr gut. Foods. Du brauchst einen Automaten. Du brauchst einen Koch. Okay, 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 okay. Was ist da gerade? Ah! Ah! What the fuck? Ist da gerade ein Selbstmordattentäter hier reingerannt, der aussieht wie einer von den Squid-Typen und hat sich selber in die Luft gesprengt? Das finde ich irgendwie ungeil. Okay. Okay. Hier sind einige Sachen weggeflogen. Leider. Aber wir haben langsam wieder morgens. Also ich muss scheinbar... Was haben wir denn hier noch? Thermometer und sprühen. Kann ich denn sprühen? Einen guten Geruch oder was? Nee, gerade ist der Geruch ja noch gut. Ist okay. Okay. Ne, läuft wieder. Okay, jetzt so langsam ist offen, Freunde. Ihr könnt jetzt hier auch wieder kommen. Hm, was? Okay. Weißt du, du bist mir sehr suspekt, möchte ich an der Stelle mal ganz kurz sagen. Und naja, das ist irgendwie einer der Teletubbies, würde ich behaupten wollen. Was ist hier hinten in der Ecke denn noch? Ja, noch ein paar Lebensmittel und alles. Ja! 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 Okuna hat Ihnen eine Anfrage, seine Anwendung einzustellen. Da ist der Typ schon wieder. Okay, ja. Ada, Anfrage. Genehmigen. Sie haben die Tutorial-Mission abgeschlossen. Jetzt können Sie das Spiel freispielen. Wenn Sie möchten, können Sie einige Quests annehmen, indem Sie durch die Stadt gehen. Okay, das Spiel wird gespeichert, wenn Sie schlafen. Ah, okay. Uh! Da kommt Money, 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 Money! Money, 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 Money! Money, 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 Money! Ich brauche nochmal 1.003 Euro. Dann kann ich noch so einen Computer da hinstellen mit den Sachen. Oder? Wo ist mein Geld? Da, 997. Okay. Ja, komm. Let's go. Summerzor. Weiß nicht, ich brauche nochmal einen Stuhl und alles, ne? Scheiße. Oh mein Gott. Die Tische sind ja mega teuer. Ja, da Old Computer Table kostet 328. Okay, wir nehmen nochmal vielleicht so was Billiges. So, dich. VR-Controller brauchen wir jetzt ja nicht unbedingt. Aber wir brauchen noch einen Stuhl. Habe ich das am Anfang übersehen? Wir brauchen nochmal einen Monitor. Nehmen wir nochmal einen billigen Monitor. Nehmen wir nochmal Keyboards. Ein billiges Keyboard. Ah, Chairs. Sehr gut. Plastik Chair. Jawohl. Und noch ein altes Computer Case. Und damit haben wir an Geld 807. Ja. Wird gekauft. Ist kein Thema. Machen wir genau so. Okay, du bist fertig, oder was? Muss ich jetzt hier wieder was machen? Ein Kunde rand weg, ohne die Gebühr zu zahlen. Was? Hallo? Hallo? Oh, Scheiße. Ich voll aufs Maul. Oh! Okay. Das hat mir 127 Dollar gegeben und war total logisch, was hier gerade passiert ist. Gar kein Thema. Jetzt müssen wir noch warten, bis die neuen Produkte kommen. Hier ist ja schon wieder dreckig. Wie ist denn das passiert? Möchte denn jemand einer meiner Computer benutzen? Vielleicht? Brauche ich doch jetzt auch mal langsam die Lieferung. Das nervt mich. Dann will ich dir vielleicht doch die Gebühr bezahlen. Na komm, wir zahlen dem 100. Okay, wir können jetzt... Dieses Kamel-Bike-Ding ist schon krass. Ich meine, die 100 können wir ja mal investieren vielleicht. Ah, da ist unser Schütz! Sehr gut. Wo ist denn der? Old Computer Case, Old Monitor. Da. Old Computer Case. Ja, sehe ich genau so. Ja, ich arbeite dran. Ich arbeite dran. Das müssen wir hier mal kurz enden. Anfragen. Genehmigen. Was ist mit meinem Kaffee? Ich liebe es schlecht zu kommentieren. Drei Sterne. Nehme ich an. Was ist los? Oh, ist hallo. Nice. Wir können den noch länger benutzen, den Computer. Ja, der ist super kurz nur. Sehr belastend. Ich dachte, er ist heute wieder von mir. Wieso steht er schon wieder auf? Aber dann ist es natürlich klar. Wer bist denn du? Oh. Wie sieht es männlich aus? Gut, dass die mir die nicht klauen können. Da kommt jemand angerannt. Junge blonde Frau. Warum so traurig? Ja, ich lasse sie ran. Ist genehmigt. Was passiert? Was passiert? Da brennt was. Interessiert sich halt auch Null so, ne? Alter, ich verprügele den Typen gleich. Scheiße, habe ich die Maus vergessen? Ich glaube, ich habe die Maus vergessen. Gib mir Geld. Gib mir Geld. Scheiße, ich habe halt echt die Maus vergessen. Fuck mir, Alter. Okay. Okay, we, we, we. Maus ist. Jawohl. 65. Jo. Wird bezahlt. Wie viel haben wir? 225. Das ist okay. Das ist okay. Ist schon wieder dreckig, Mann. Okay, wie ist denn gerade der Geruch technisch? Naja, ist noch cool. Ah, so, jetzt ist das besser. Ach, bringt der mir immer die Sachen? Oh, das kann sogar sein. Der Kamel bringt mir immer die Sachen vielleicht. Ja, Moment, Moment, Moment. Zack. So nämlich, okay. für 30 Minuten, klar. Es gibt null Spiele, die sie spielen können. Fuck you. Hey, hey. Hey. Kleine lüse Hure. Jawohl. Okay, wir haben zwei PCs, die genutzt werden können. Läuft bei uns. Die tauchen jetzt hier auch auf, ne? Computer, zwei Stück, ja. Was heißt das rote hier? Ja. Genehmigen, genehmigen, genehmigen. 30 Minuten und drei Stunden. Okay, ja. Achso, das ist die Zeit, die jetzt hier gerade abläuft. Die 30 Minuten, die drei Stunden. Was ist denn jetzt? Anfrage. Können Sie meine Zeit verlängern? Na klar kann ich das. Und da kommt der Money, 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 Money. Money, 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 Money. Vielleicht sollte ich aber irgendwann auch mal schlafen gehen, um das Spiel zu speichern. Bin mir unsicher. Aber hier. Ich meine, das könnte auch mal ein bisschen schneller gehen mit dem Geld. und wird gerade nämlich schon dunkel. 30 Minuten? Das sind doch keine 30 Minuten. Ich meine, das wäre geil, wenn das da jetzt stehen würde, aufwand das verlängert wurde. Aber das geht gerade so schnell runter wie bei den drei Stunden. Also vielleicht wurde das insofern verlängert. Okay, Freunde. Ich will ja nichts sagen. Aber was macht ihr da so? Ah ja, YouTube. Okay. Und? Oh, der Computer wackelt ein bisschen. Kein Thema. Aha, aha, aha. Machst du ja ganz schön viele unterschiedliche Sachen machst du da. Stell mich hier nur schon mal so hin. Einfach nur so. Nur so zum Spaß. Oh, weh jetzt. Wie spät haben wir jetzt? Irgendwann, nachts geht doch der Strom auch einmal wieder aus. Oh, hier ist ja überall schon wieder dreckig. Willst du mindestens sauber haben, wenn sonst nichts geht? Wie lange wollen die denn noch? Okay, gleich ist es vorbei mit der Zeit. Oh, gleich gibt es richtig Cash. Vielleicht gibt es richtig Cash, Freunde. Komm her. Naja, verpiss dich schon. Ja, ich will Kohle jetzt hier haben. Hey, ich habe immer Glück gehabt, meine Freunde. Okay, ich glaube, ich sollte mal schlafen gehen. Café wird geschlossen. Strom wird abgestellt. Boah, wird zugemacht. Was macht ihr beide hier Schönes? Uh. Alter, was ist denn das für eine Perspektive? Sehr regnet es bitte. Okay. Mal auf die Map gucken. Da hinten ist dieser Bitcoin-Miner, ha? Dann will ich da mal hingehen. Ist er nicht hier? Ah, nee, hinten. Hier hinten würde ein Brusserler sein. Ah. Grafiekarte für den Bergbau. Okay, du kannst dir Miner kaufen, Grafikkarte. Und Rick. Ich weiß tatsächlich nicht hundertprozentig, wie Bitcoin-Mining funktioniert. Ob die Grafikkarte nicht da rein, ich weiß noch nicht. Okay, gut zu know. Haben wir das auch gelernt. Wo geht es denn hier hin? Okay. Science House for Computers. Okay, hier oben ist einfach nur eine Aussichtsplattform. Okay, dann könnten wir mal theoretisch noch beim Second-Hand-Beschäft und beim Verein vorbeischauen. Wenn man mich interessiert, weil das ist... Oh nein. Ah ja, sehr gut. Alter, als wenn wir durch den Fluss laufen würden. Okay, Anonu, ist das auch am stiller? Hm. Es ist der Titel von Top-Streams-On-Bedock-Stadt. Nice one. Okay. Ah, Second-Hand-Laden. Sind auch PC-Parts. Ich dachte, das wären nur Klamotten und so ein Scheiß. Oh, das sind auch keine PCs, oder? Das sind leere Discs. Und hier können wir so einen Scheiß kaufen, den wir auch kaufen. Okay. Ah, nee. Wir können hier aber auch Sachen kaufen. Out-Keyboard für 87. Ja gut, die Preise weiß ich jetzt nicht auswendig. Hier können wir noch Hucksäcke kaufen. Wir können eine Playstation kaufen. Oh. Okay, wir können quasi auch so Gaming aufbauen, theoretisch. Okay, finde ich cool. Gibt es denn schichtliche Musik? Äh, okay. Rabbit Club. Täglicher 1-Post-Tice von 100 US-Dollar. Genau. Hilfe! Zahlen Sie für einen privaten Tanz 100 und zahlen Sie für Spielautomaten 100 Alter, der fühlt so hart Ja, somit bin ich noch nicht Okay, 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 okay Der einzige Grund, in den Club zu gehen, ist, um sich einen privaten Tanz zu holen Spielautomaten auszulösen Hier gibt es dann wahrscheinlich den privaten Tanz Also viel Geld haben wir nicht Die sehen halt alle aus wie Gummipuppen Die sehen so bescheuert aus Ich will wissen, wie dieser private Tanz ist Ja, komm, gönn mal Okay, Leute, jetzt geht's ab Jetzt wird's weird Macht's gut, ihr Loser Outro Outro Ist das alles, was passiert? Ja, das ist mein Job, liebe Freunde. Dafür habe ich jetzt 200 Tanken ausgegeben. Das ist ganz schön enttäuschend, ehrlich gesagt. Also Clubs lohnen sich nie, nehme ich davon mit. Ich hasse Clubs. Komm, wir gönnen noch einmal hier Glücksspiel. Das ist nix, oder? Haben wir noch Geld? 100. Einmal können wir noch. Genau, einmal können wir noch. Das ist nix. Das sind zweimal Bar. Glücksspiel zackt auch. Das hat mich jetzt 200 Eintritt, 200 Glücksspiel, 200 Stripper. Das hat mich 600 Dollar jetzt gekostet, dieser ganze Spaß. Oh, das war für nix und wieder nix, möchte ich mal ganz kurz anmerken. In welcher wohnen wir eigentlich? Ich muss sagen, das war sehr, 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 sehr enttäuscht. Ja, wir wohnen in der 3. Was ist denn in der 2 dann? Es regnet hier rein bei uns. Oh Gott. Nicht mal unsere Wohnung ist dicht. Oh, enttäuschend. Mal gucken, was in der 2 ist. Was bringt es mir den Haltstopp zu drücken? Ich weiß es nicht. Lie? One hour free? Squid Internet Café. Das ist sehr enttäuschend, ehrlicherweise. Okay, seins sieht ein bisschen cooler aus als unser. Ich gebe es zu, ich gebe es zu. Können wir den verprügeln? Was höre ich denn da zischt durch? So ein Klacken. Ah, schon wieder. Klick. Sehen wir noch am Stream hier. Oh, Alter, ey. Geht gut ab. Okay, Zeit zu öffnen. Ach, scheiße. Alter, den Typ verprügel ich jetzt ganz ehrlich. Der geht mir so auf die Eier. Das ist weg. Okay. Sehr gut. Das war die richtige Entscheidung. Richtig und wichtig. Okay, erst mal unseren PC booten. Oh, guck mal, man kann auch komplett Vollbild machen. Okay. Cool. So, Café ist geöffnet, meine Freunde. Ich gehe nach Hause, um zu pinkeln. Schlammgrafiken. Alter, jetzt chillt doch mal eure Base. Ich habe 4,06 Dollar. Ich habe wirklich halt gar kein Cash mehr. Ich muss jetzt warten, da Leute kommen. Weil ich alles ausgegeben habe für ein Glücksspiel. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir nehmen ihn. Grenzenlos. Grenzenlos ist super. Aber ich gehe mal lieber an den anderen, weil der gibt wahrscheinlich mehr Cash. Oder geben die gleich viel Cash? 1,0, 1,8. Okay. Okay. Ach, ich muss mal wieder sauber machen hier. Ey, die Gäste sind die größten Schmutzfinken auf diesem Planeten. Das gibt es ja wohl nicht. Sehr gut. Warum bist du direkt traurig? Ich meine, ja, das ist hier so eine komische Hinterhofgarage. Ich gebe es zu. Was hat der denn? Geht das komisch aus? Anfragen. Ja. Grenzenlos, auch grenzenlos. Ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Er ist halt einfach entkommen. Noll. Zwei Monster. Was ist das denn? Na, du gibst Cash, ne? Ja. Sehr gut. Wird gern einen anderen Boden haben, weil der sieht halt schon sehr dreckig aus, muss ich leider sagen. Wie viele Schläge mit dem Baseballschläger hat der gerade bitte ausgehalten? Das war ja insane. Was? Okay, hier wird wieder Cash generiert. 66 haben wir. Sehr gut. Okay, du willst auch an den PC se- Leute? Okay, der guckt sich Pornos an. Logisch. Was man halt so macht im Internetcafé. Okay, 30 Minuten. 30 Minuten gehen schnell vorbei. Okay, der mit dem Cash. Zwei Dollar? Mann! Guck du dir mal die Sachen an. Das ist in Ordnung. 74 Dollar. Das sind aber gerade nicht so viele Anfragen. Scheiße, ich brauche mal Lautsprecher, damit ich hier mal Musik abspielen kann. Ich muss sagen, meine Bewertung wird schlechter. Alter. Nein! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Was? Ich wurde... Äh... Was? Ich wurde beschissen! Und... Jetzt habe ich auch noch eine Geldstrafe gekriegt. Was ist das hier für eine unfaire Welt? Vielleicht habe ich der einen mitgegeben, als ich den Polizisten schlagen wollte. Das ist nicht unmöglich. Ich gebe zu. Jetzt ist hier auch wieder Licht an. So. Wie viel Geld haben wir jetzt? Jetzt muss ich den erst wieder hochfahren. Oh, die anderen Rechner sind instant da, ey. Herein spaziert in mein schönes Internet-Café. Kommen Sie rein. Können Sie rausgucken. Hallo? Uh, schon wieder. Niemand rein? Hallo? Häh? Wait, what? Eine Anfrage. Von jemandem Unsichtbaren. Der sich Pornos anguckt. Normal. Aber ein PC ist noch frei. Ja, einer von euch. Ne, du vielleicht? Hier, du. Jetzt hier. Komm doch mal rein hier. Der PC ist noch frei. Du aber, oder? Jetzt hier. Schön reinge... Was passiert? Zeitverlänger, ja. Jetzt schon wieder. Achso, eine nächste Anfrage natürlich. Ja, ja, ja. Das Problem ist, wenn die unsichtbare Person jetzt gleich zahlen will, habe ich ein Problem. Weil dann sehe ich nicht, was Sache ist. Oh, jetzt riecht es wieder besser. Wofür ist der Thermometer eigentlich? 19 Dollar, sehr gut. Wir verbessern uns nach und nach. Komm, ich will wenigstens meinen Boden verbessern. Wie teuer wird denn das? Das riecht übel. Ich konnte nicht länger drin bleiben. Das ist enttäuschend. Boden. 200 Dollar. Okay, 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 okay. Ich muss die unsichtbare Person. Muss ich jetzt einfach nur... Ihr guckt noch Pornos, ne? Nein, sie haut ab. Ich weiß nicht, wo sie hin ist. Sie hat nicht mal das Symbol, den wir beim Kopf gehabt. Mann! Oh Mann, ich will doch nur einen hübscheren Boden. Das ist doch belastend. Oh. Oh. Ist schon fertig, ne? Ähm, na, na, na. Warum bist du so früh gegangen, Bruder? Das Gefäß ist nicht schön. Es gibt nur Spiele. Es gibt jedoch Spiele der letzten Qualität. Sie öffnen nicht. Computer sind scheiße wie scheiße. Okay. Tschüss. Hm. Reicht das? Ja, 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 ja. Alle haben. Boden, Boden, Boden. Hier. Ja. Oh. Das ist ganz schön hässlich. Scheiße. Ich habe mich so gefreut, dass ich mich beeilt habe. Mann. Hä? Wieso ist das denn jetzt so dreckig? Oh Gott. Wo ist denn noch Dreck? Scheiße, ich sehe den Dreck nicht, leider. Ist ein bisschen belastend. Ja, nehme ich die Kohle? Nehme ich, nehme ich, nehme ich. Ich sehe, da sind zwei Fußspuren direkt übereinander. Aber die waren halt auch nicht. Oh, da ist auch noch einer. Okay, bei dem Boden sieht man die Fußspuren viel schlechter. Oder ich bin einfach ein Blindfisch. Okay. Okay. Jetzt kommen die Kunden aber. Sie kommen ran. Sie kommen ran. Er hat keine gute Zeit. Aber das ist wenigstens ein okayer Computer. Weißt du, ich... Der andere ist ein Scheiß-Computer. Zahm ich wenigstens. 15 Dollar, damit kann ich mich nicht über Wasser halten. Ich habe... Das ist 59 Dollar. Ich kriege halt eine schlechte Sterne-Bewertung nach der nächsten. Ich hätte vielleicht nicht alles verzocken sollen bei Stripperinnen und Glücksspiel. Wenigstens Trump ist noch da, um mir Gesellschaft zu leisten und mir ein bisschen Kohle zu geben. Ich sehe auch, die Typen wiederholen sich hier ziemlich. Oder die Menschen wiederholen sich jetzt nämlich auch. Oh. Nein! Nein! 49, das ist auch nicht so viel, ehrlich gesagt. 49 Dollar ist relativ wenig. Da kann ich mir keine weiteren Stationen verkaufen. Weiß nicht, wie viel so eine... Oh. Wie viel kostet so eine... Keine Ahnung, so eine Klimaanlage oder sowas. Monitors, Lampen, auch schön. Joysticks, ja. Ah, das ist alles ganz schön teuer. Wir bräuchten eigentlich hier Air-Conditioning. Ich brauche mal eine Heizung, so. Air-Conditioning ist ganz schön teuer. Paintings. Okay. TVs, VR-Controller. Okay, was gibt es denn noch hier? Oh, Bill. Oh. Wir müssen die 50 Dollar zahlen von der Polizei. Scheiße. Das wäre jetzt belastend gewesen. Okay, wir können noch in Krypto investieren. Wir investieren in Dogecoin hier, wie das heißt. Wir kaufen... 179. So, wie kann ich die verkaufen? Ah, hier auf Portfolio. So, jetzt müssen wir nur gucken, wie sich das entwickelt. Und so werden wir schnell reich. Und in der Zwischenzeit konnte ich hier irgendwie was kostenfrei öffnen. Ne, leider nicht. Okay. Konnte ich... Ne, das waren die Warcry-Coins. Aber ich weiß gar nicht... Wandeln Sie die Münzen, die Sie in Warcry verdienen, in echtes Geld um. Okay, warte mal, warte mal, warte mal. Apps. Dafür muss ich Warcry dann ja einfach installieren, ne? Hier, Warcry installieren. Okay, und Virenscanner wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Ah, komm, und Steam laden wir uns auch runter. CMD weiß ich jetzt nicht, ob das unbedingt notwendig ist. Oh, wir haben wieder morgens. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Money, 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 money. Ja, hier, bitte genehmigen. Okay. Steam haben wir schon mal runtergeladen. Viruscanner, sehr gut. Scan starten. Was? Kaufen Sie Premium und schützen Sie sich vor... Gesamteil ist ja gefunden in Viren 49. Was machen die Leute? Du machst das währenddessen, wa? Okay. Virenscanner war vielleicht mal gar kein so großer Fehler. Wir haben 499 Viren. Steht der schon neben mir mit der Kohle? Nee. Das ist gar nicht genau, wie ich das mitbekomme, ehrlich gesagt. Hä? War ich aufgestanden? Nein. Nicht, weil ich aufgestanden bin. Was soll das? Wieso hat der jetzt gerade mit dem Virenscanner aufgehört? Okay, wir müssen die Computer wieder brauchbar machen. Ey, wie schnell sind die hier auch mit Viren am Stissel? Bären werden gelöscht. Sehr gut. Benehmigen. Wieso ist da noch jemand? Wieso ist da noch jemand? Warte. Warte. Ja, warte. Wenn man einfach so ein Dieb kommt und mir diesen scheiß Computer klaut. Der gerade... Wo gerade die Viren drauf gelöscht werden. Alter. Ich raste aus hier. Okay, Viren werden gelöscht. Okay. War ganz schön der Stress hier. Was will die Katze? Hier ist dreckig. Jetzt ist der Strom auch aus. Ich könnte absolut ausrasten. Oh mein, ich kriege trotzdem Kohle. Ähm. Oh. Motherfucker. Wie häufig ich hier Leute unboxen muss. Oh nein, es ist mit dem Virus scheiße der Strom ausgegangen. Mann! Mann! Irgendwo übersehe ich halt hier Dreck, ne? Oh. Aber der ganze Viren-Scan läuft halt niemals durch. Das ist ja übelst. Dieses stressige Spiel einfach nur. Alter. Natürlich. Irgendwo sind hier noch... Oh Gott. Die sind mir alle auf die Eier hier! Jetzt werden die Viren wieder gelöscht. Wieder einmal werden sie gelöscht. Okay. Acht Prozent. Kann ich weiter nach... Da ist noch einer. Ja gut. Bin in den Fehler. Oh, das ist gut, dass die hier gerade so beschäftigt sind. Das ist Money in der Bank für Peter. Ist er dahinter irgendwo? Da! Na, na, na. Na, na, na. Na, na, na. Alter, dieses Spiel macht mich komplett wahnsinnig, sind die Viren jetzt wenigstens gelöscht. Alter, ich bin so am Arsch, ging halt nur schlechte Bewertung, wer hinkommt, hat kein Selbstwertgefühl, was für ein beschissener Ort, es gab einen blauen Bildschirm, ich glaube es ist ein Virus, ich wollte nicht böse kommentieren, aber was für ein Müll. Aber er ist jetzt wieder virenfrei, wie geht Steam eigentlich, hier kann ich auch Spiele draufkaufen. Das ist nice, Rush B-Simulator, ach da kann man Lizenzen verkaufen, damit die das spielen können. Oh lol, ja dann erstmal den Rush B-Simulator. Skin Royale, Red Horse 2, das ist ja mega geil. Damit kann man seine Computer auch verbessern. Wollen wir aber gleich mal hier Warcry Classic ausprobieren. Ich kann direkt schon wieder den Viren-Scan starten. Eigentlich, guck mal, diese ersten Viren sind schon wieder drauf. Warcry Classic, Spiel starten. Ich muss Münzen verdienen. Okay, let's go. Upgrade Gegenstand, Gegenstand verkaufen, okay. Nein, 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 nein. Jetzt werde ich gefressen. Ich habe hier gar keinen mehr. Ah, scheiße. Upgrade Gegenstand. Kostet auch wieder Shit. Okay, ich zock gerade. Nein. Moment. Ja. Genehmigen, genehmigen. Ja, Moment. Genehmigen. Genehmigen. Ach komm, jetzt ist die ja wieder abgehauen hier oder was? Was ist das? Ich finde es schon tatsächlich ein bisschen lustig, dass du hier so ein Spiel im Spiel hast, theoretisch. Ja, man kann hier halt Münzen farben. Ah, da rennt die nächste raus. Dann haben wir jetzt zwei Münzen gesammelt, ja? Jetzt beende ich das Spiel. Genehmigen. So. Lass mich raten. Ja. Computer haben Viren, Computer haben Viren. Komm, direkt den nächsten starten. So, hier, ja, darfst ran. Klar, kein Thema. Geld kriege ich halt eh nicht. So, jetzt kann ich doch hier switchen, richtig? Und zwar bei Warcry Coin. Möcht' gern. Oh, für 100 kriege ich 10 Dollar? Ja, ja, moin. Okay, das wird nix. Okay, so komme ich nicht gut an Geld. Das ist einfach nicht gut. Ey ich 7. Ja, weil wenn ich die Tür zumache. Oh. Heißt da direkt, ich schließe. Ups. Ich dachte, dadurch hauen die da nicht so leicht ab. Ach, die rennen dann einfach da durch. Habe ich dadurch jetzt automatisch das Café geschlossen? Oh Mann. Ja, okay. Ich muss sagen. Das lief jetzt alles nicht so gut. 180 Dollar habe ich. Damit kann ich doch zumindest mal eine... Was war die KY-Nummer? Claw Machine, Coin Drop, Hit Reward. Okay. 25... Ah, das hat 25 Dollar gekostet. Ich weiß zwar nicht, was das bringt, aber ich habe so 10 Dinger gesammelt. Jetzt habe ich nur noch 150 Dollar. Okay. Kein Thema. Skin Case. Ja. 99 Dollar öffnen. Habe ich gerade 400 Dollar damit gemacht? Ich habe gerade 400 Dollar damit gemacht. Jetzt 400 Dollar. Okay, Best Case. Okay, ich habe Geld verloren. Geld gemacht. 224. Okay. Können wir daraus noch was machen bei Fruit Sleut? Sleut. Autospin 100. Was passiert hier? Ich weiß nicht, was hier gerade passiert. Ich verliere einfach Geld. Das ist wirklich, was hierher. Entschuldigung, was hier auch passiert. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert. Nee, ich weiß nicht, was hier zu tun. Können wir ansprechen? Okay, ich versuche es zu verstehen. Aber ich kriege es gerade nicht hin. Ich glaube, wenn Sachen verpuffen, gibt es immer Geld. Da sind viele Sachen verpufft. Da gab es wieder Geld. Okay, wir sind wieder auf über 60. Oh, da ist auch viel verpufft. 81. Aber dann ist es vorbei. Dann müssen wir wieder 20 bezahlen. Da war gerade gar nichts. Da ist viel Apfel verpufft. Ne, irgendwas. Keine Ahnung. Und dadurch verpufft jetzt nichts mehr. Okay, wir sind wieder 20 zahlen. Wann verpuffen wir denn Sachen? Okay, warte mal. Sie haben 111 unternehmerische Seelen. So rücken Sie X, um es zu verwenden. Sie müssen zuerst das Inventar schließen. Oh, Leute. Ich kann mich verbessern. Die Wahrscheinlichkeit, dass mir Kunden in der Kirche... Guck mal, man kann sich ja verbessern. Man kann auch Level steigen und alles. Geil. Körperlich und Kaffee kann man verbessern. Leute, es gibt eine Trinkgeldbox. Okay. Okay. Ja, gut. Ich sag mal so, das lief jetzt nicht so hundertprozentig gut. Interessantes Spiel. Mit sehr viel mehr Facetten, als ich am Anfang dachte. Das war mal Pizmit probiert, der Internetcafé Simulator 2. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.